Hallo, mein Name ist Lisa, ich bin Quartiersbetreuerin bei der Stadtbau und ich zeige euch heute mal, wie unkompliziert das mit dem Carsharing funktioniert. Das Auto wird per Smartphone oder Karte entsperrt. Abgerechnet wird nach genutzter Zeit und gefahrenen Kilometern. Als unsere Mieterinnen und Mieter profitiert ihr von einer kostenlosen Aktivierungsgebühr und günstigen Tarifen. Einfach bei Scouter online oder per App mit der Mietvertragsnummer anmelden, Auto und Zeitraum auswählen, einsteigen und losfahren.